So, mein Lieben, herzlich willkommen zurück. Mein Name ist mich von der Network, Episode 43 von Mein Krypto-Experiment. Heute wird es eine Spezial-Episode sein, weil ich werde heute über sehr, sehr sensible Themen sprechen. Es wird auch kein Intro geben, ich komme auch gleich sofort zum Punkt. Und ich spreche dann, wie immer, über die Bitcoin-News, über die Altcoin-News, was so in den letzten Tagen passiert ist in der Kryptowelt, beziehungsweise auch meine passiven Einkünfte. Und zum Schluss gibt es auch eine Kryptoverlosung. Wir leben in einer Welt, bei der die Moral an letzter Stelle steht, zumindest in der jetzigen Zeit. Aber wenn ich jetzt ein bisschen zurückspule, ich denke, das hat sich gar nichts geändert. Wir werden von den Pressenagenturen, von den Regierungen im Allgemeinen täglich manipuliert. Und im Unterbewusstsein wird uns immer klar gemacht, dass wir kleine Menschen sind, dass wir nicht an uns glauben sollen. Und die Meinungsfreiheit wurde uns komplett weggenommen. Die Protestfreiheit, also wir können unter anderem auch jetzt in Deutschland auch nicht mehr so richtig protestieren. Und es fängt schon an mit den Wahlen. Wir sehen auch, was so in den letzten Wochen passiert ist mit den Wahlen. Ohne die Blockchain-Technologie, da sieht man extrem viel Chaos. März 2020 war für die meisten ein Schock. Viele Arbeitslose, Panikbrauch aus, Depression, gleichzeitig die fallenden Aktien und Kryptokurse. Aber jetzt stellen wir uns mal die Frage, wer hat denn hier die Gewinne mitgenommen? Das waren die Chinesen, ja, kann sein. Die Big Player, Pharma, das waren die großen Gewinner. Hedge Funds. Und Hedge Funds, wir werden uns gleich darüber unterhalten. Und was machen an sich die Hedge Funds? Wir haben ja gesehen gehabt, im März 2020, die haben sehr, sehr viele Positionen geshortet im Aktienmarkt. Und da wurde ein riesiger Monopol dann kreiert, ein riesiger Monopol, weil die eben natürlich extrem viel Kaufkraft haben. Ach ja, und wenn wir schon dabei sind, in den letzten Tagen passierte im Aktienmarkt ein Riesenskandal, beziehungsweise in der Finanzwelt. Ende 2021 beschloss die Robinhood-Plattform, also es ist eine Finanzplattform für viele verschiedene Aktien und natürlich auch Kryptowährungen. Und die haben den Zugang zu verschiedenen Wertpapieren gestoppt, unter anderem GameStop, wie wir das hier sehen können auf Cointelegraph. Dann haben wir EMC, dann haben wir Nokia, etc., etc. Die große Reddit-Community hat sich dann eben zusammengetan und meinte, hey, jetzt kaufen wir viele verschiedene Aktien ein, unter anderem dann eben GameStop, EMC, etc., etc. Und die Hedge Funds, die waren ja short gegangen, das heißt, die haben jetzt die ganzen Wertpapieren verkauft und verkauft und den Preis komplett runtergedrückt. Und dann sagten die Leute von den Wallstreetbets, einfach von der Reddit-Community, hey, wir kaufen jetzt direkt ein. Und so gingen die Preise nach oben und beziehungsweise die ganzen Hedge Funds, also ein paar Hedge Funds haben sehr, sehr große Verluste erlitten. Aber jetzt kommen wir zum springenden Punkt, denn die Leute von den Wallstreetbets, also von der Reddit-Community, die wurden einfach, sagen wir mal, lahmgelegt, indem die Robinhood-Plattform meinte, wir geben euch nicht mehr den Kauf frei der Aktien, also ihr könnt jetzt keine Aktien mehr weiterkaufen, weil und mit dem Motto, wir wollen euch schützen. Aber im Großen und Ganzen wollte oder will Robinhood die Hedge Funds schützen. Und jetzt brach natürlich ein Krieg aus, aber ich finde das, an dieser Stelle finde ich das sehr, sehr positiv, da sich die Menschen jetzt zusammengetan haben, weil die ganzen Hedge Funds natürlich ein Monopol betreiben, weil sie natürlich extrem viel Kaufkraft haben und die Leute sagen, von der Reddit-Community meinten, hey, wir kaufen jetzt richtig ein. So, es ist zwar positiv, wenn man das jetzt so sieht, aber es gibt auch eine Schattenseite und die will ich dir jetzt mal erklären. Leider leben wir in einer zentralen Welt und mit diesen zentralen Instanzen ist es halt eben so, dass uns jederzeit unser Geld weggenommen werden kann, die Seite kann verschwinden, die Einlagen, also wir können keine Aktien mehr einkaufen oder unser Geld wird einfach eingefroren. Und diese ganzen Hedge Funds, die schlafen natürlich alle in einem selben Bett und sagen, hey, die machen einen kleinen Anruf, rufen Robinhood, die CEOs von Robinhood an und sagen, hey, weißt du was, wir verlieren gerade extrem viel Geld, du musst die Einlagen stoppen. Also die Deposits stoppen. So, dann stoppt er die Deposits und so können dann in der Zeit oder kann sich das Ganze mal so stabilisieren im Großen und Ganzen. Aber solange es diese zentralen Systeme und diese zentralen Instanzen gibt, wird immer Monopol betrieben. Das geht nicht anders und wenn wir eine freie Marktwirtschaft haben wollen, dann müssen wir auf dezentralen Exchanges gehen, die werden jetzt aktuell dann entwickelt und langsam, langsam geht es voran. Aber mit solchen Plattformen wie Robinhood und Co. ist es einfach nicht machbar. Wer ist jetzt wieder der Gewinner? Die Gewinner sind zum Teil auch wieder die Hedge Funds. Leider, leider. Aber das ist halt eben so, weil die Hedge Funds haben natürlich einen ziemlich engen Kontakt mit dem CEO von Robinhood. Also das heißt, wir, also die ganzen Leute von Reddit, die kämpfen gerade, also die bohren gerade ein Loch ins Wasser und versuchen gerade hier eine Welle zu schieben. Das ist zwar gut, weil die Menschen haben langsam die Augen aufgemacht und sagen, hey, wir werden jetzt uns dagegen wehren. Das ist vollkommen legitim. Doch an dieser Stelle möchte ich auch etwas Positives erwähnen und zwar die Pandemie im Jahr 2020 im März. Da hat sehr, sehr vielen Menschen die Augen geöffnet und das hat uns zeitweise zum Nachdenken gebracht, weil er stärkte natürlich unser Glauben an Kryptowährung, Dezentralisierung und Co. und schwächte unser Glauben an den korrupten Regierungen, an diese zentralen Sammelstellen, diese zentralen Instanzen. Der Weg zur Dezentralisierung ist noch weit. Ob alles zentralisiert wird, das ist eine gute Frage. Vielleicht in den nächsten Jahren oder vielleicht in den nächsten zehn Jahren wird so einiges so dezentral laufen. Aber solange diese zentralen Instanzen gibt, solange diese Regierungen hier an der Macht sind, wird es nichts mit Meinungsfreiheit. Die werden weiterhin ihr Spielchen spielen. Es wird weiterhin Monopol betrieben. Also das heißt, wenn wir uns zusammentun, dann ist einiges machbar. Aber auf dezentralen Exchanges, da herrscht auch Marktwirtschaft und da kann auch jeder einkaufen und verkaufen, worauf er Lust hat. Oder sagen wir mal so viel kaufen, wie man nur möchte. Und an dieser Stelle möchte ich sagen, das ist ein guter Move von der Reddit-Community gewesen. Aber mit zentralen Instanzen, mit zentralen Seiten wird das leider nicht viel werden. Also die Bürger fangen langsam an sich zu wehren und das ist richtig gut so. Und ich werde definitiv weitere Videos zum Thema Freiheit rausbringen, weil mir die Freiheit, also unsere komplette freie Meinungsfreiheit, das steht für mich an erster Stelle. Und ich bin gegen Korruption und Manipulation. Okay, wenn du mehr darüber wissen möchtest, das Thema interessiert mich sehr. Ich könnte jetzt eine Stunde drüber lang reden. Aber wie gesagt, wir widmen uns der Zeit jetzt den Bitcoin-News, den Altcoin-News, weil wir wollen natürlich auch Geld verdienen. Deswegen, lass uns eintauchen. Elon Musk bestätigte, dass er den Bitcoin supporten würde. In seiner Twitter-Beschreibung hat er nur ein Hashtag mit Bitcoin hinterlassen. Andere Influencer, wie zum Beispiel Jack Dorsey und Co. folgten Elon Musks seine Spuren. Es sieht wohl so aus, dass sich gerade eine Riesen-Bitcoin- und Krypto-Bewegung formt. ARK Investment brachte eine interessante Studie raus. Sollten alle S&P 500 Unternehmen jeweils nur 1% ihres Kapitals in Bitcoin hinterlegen, so würde der Bitcoin die 40.000 US-Dollar-Marke erreichen. Wenn sich die S&P 500 Unternehmen entscheiden, jeweils 10% ihres Kapitals in Bitcoins zu investieren, wären wir bei insgesamt 400.000 US-Dollar das Stück. Zwar stehen die Chancen gut, jedoch müssen die zwei Seiten der Medaille betrachtet werden. Zum einen müssen die Regulierungen in Anbetracht bezogen werden. Je stärker der Bitcoin steigt, desto mehr Regulierungen wird der Bitcoin bzw. die Kryptos haben. Der nächste Punkt ist die Skalierbarkeit und die hohen Transaktionsgebühren. Solange das Lightning-Netzwerk von Bitcoin nicht ordnungsgemäß funktioniert, könnte dies mittelfristig herausfordernd für den Bitcoin sein. Als Wertspeicher oder digitales Gold kann der Bitcoin aber dennoch agieren. Auch interessant anzusehen sind die Bitcoin-Outflows aus der Coinbase Exchange. Am 31. Januar 2021 wurde über 15.200 Bitcoins in Cold Wallets transferiert. Laut dem CEO von CryptoQuant ist dies ein sehr bullisches Zeichen. Während Analysten und Trader meinten, dass der Bitcoin wieder auf 20.000 US-Dollar fallen würde, haben Institutionen am 1. Februar 2020 über 4.000 Bitcoins eingekauft. Wenn sie bei solchen Preisen den Bitcoin erwerben, so gehe ich davon aus, dass die den BTC langfristig betrachten und davon ausgehen, dass der Ball zwischen 80.000 und 100.000 in absehbarer Zeit erreicht. Wie ich schon erwähnte, viele Analysten meinten, dass der Bitcoin auf 20.000 US-Dollar korrigieren würde. Wir sahen aber, dass mit einem Tweet von Elon Musk der Bitcoin über 38.000 US-Dollar erreichte. Und wenn wir den Bullrun vom Jahr 2017 mit diesem analysieren, so stellen wir auch fest, dass die Euphorie nicht annähernd so stark ist wie die im Jahre 2017. Was definitiv den Bitcoin stärken wird, ist das Helikoptergeld, das die US-Amerikaner von der Regierung erhalten werden. Dies könnte den Bitcoin geschätzt wieder auf die 40.000 US-Dollar Marke bringen und zeitgleich den US-Dollar schwächen. Analysten meinen sogar, dass der Bitcoin im April 2021 zwischen 50.000 und 100.000 Dollar erreichen würde. Wenn die Käufe der Institutionen weiterhin stattfinden wird, ist die Chance groß, dass der Bitcoin diese Höhen erreicht. Die nächste bullische News ist, dass Visa weiter in der Kryptowelt eintauchen möchte. Der nächste Schritt wird es sein, so eine Art On- und Off-Ramp-Exchange anzubinden. In kurzen Worten gefasst können Kunden später auf der Visa-Plattform Kryptowährungen erwerben oder auch ihre Kryptos in Fiat umwandeln und die Gelder dann am Bankautomaten abheben. Dies ist natürlich ein sehr kluger Schachzug von Visa, da sie an beiden Seiten profitieren. A. Wenn die Leute ihre Exchange nutzen B. Wenn Kryptokunden ihre Visa-Karte nutzen Es ist klar, wo der Trend hingeht und die Kryptowährungen werden in den nächsten Jahren definitiv eine sehr, sehr große Rolle spielen. Fidelity Digital Asset Präsident äußerte sich in Bezug der Bitcoin-Zukunft und er meinte, dass die Bitcoin-Kaufanfragen seitens den institutionellen Investoren konstant sei. Er meinte darauf hin, dass der Markt gereift worden sei. Die Volatilitätsrate von Bitcoin ist seit Jahr 2017 um 50% gesunken und das zeigt, dass Bitcoin auf dem guten Weg ist, ein Wertspeicher zu werden. Spannend anzusehen ist die Chart von den Bitcoin-Reserven auf den zentralen Exchanges. Auch hier sind wir seit fast einem Jahr im Abwärtstrend, was bedeutet, dass es immer weniger Bitcoins auf der Exchange kaufbar sind. Sollte die Anzahl von den Bitcoin auf den Exchanges schrumpfen, so ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass wir die nächste große Bitcoin-Bewegung sehen. So, aber jetzt sprechen wir mal über den Altcoin und den Masternode-Sektor und was so in den letzten Tagen passiert ist. In dieser Episode werde ich dir auch ein neues Projekt vorstellen, das ich schon seit Lehrern nicht erwähnt habe. Und der Masternode- und Altcoin-Markt, wir sind es hier auf der rechten Seite, wir haben jetzt eine Marktkapitalisierung von 2,8 Milliarden US-Dollar, was gar nicht mal so schlecht ist und wir haben seit März 2020 eine 150-prozentige Steigerung erlebt. Und ich muss auch ehrlich zu dir sein, die Altcoins sind extremst volatil. Wir sehen ja manchmal das Dash 90 Dollar wert, am nächsten Tag ist das Dash 120 US-Dollar wert. Und ich muss dir an dieser Stelle auch sagen, dass nicht jedes Projekt langfristig erfolgreich wird. Es gibt auch sehr, sehr viele Projekte, die werden von der Bildfläche verschwinden. Das ist klar, wir dürfen keine rosa-rote Brille anhaben und sagen, alle Coins, wir sind jetzt gerade im Bullenmarkt und alle Coins werden hier nach oben gehen. Das ist eben nicht der Fall, dieser Bullenmarkt ist komplett anders. Und es gibt natürlich ein paar Coins, die haben jetzt zum Beispiel institutionelle Anfragen, wie jetzt zum Beispiel Horizon. Wir sehen ja Horizon bei 375 Millionen US-Dollar Kapitalisierung. Dash hat Institutionen hinter sich, beispielsweise auch Syscoin und die sind langsam, langsam jetzt hier am wachsen. Der nächste Coin ist dann eben Divi, das so institutionelle Kraft haben wird oder bekommen wird. Und das ist natürlich auch spannend. Und wenn man sich jetzt die ganzen Coins anschaut, also wenn man jetzt erfolgreich im Masternode-Business sein möchte, ist es wichtig, dass man sich die Coins genau anschaut, sich die Teams ansieht, wie sieht das Trading-Volumen aus und was kann der Coin überhaupt, bringt überhaupt eine Innovation und ist es einfach. Also wenn man jetzt zum Beispiel in einem Coin einsteigt und es ist einfach und man geht rein und man kann jetzt mit einem Klick eine Masternode hosten oder so, dann ist es natürlich ein Use-Case. Und wir brauchen natürlich solche Coins, damit wir langfristig davon profitieren können. Deshalb schauen wir uns jetzt Step-by-Step die Coins an und wie sie sich entwickelt haben in letzter Zeit. Deswegen, lass uns eintauchen. Ein Follower von mir meinte, ob ich mir BitGreen näher anschauen könnte. Und da ich auf meine Community-Mitglieder höre, entschied ich mich, BitGreen in meinem Experiment reinzunehmen. Das Projekt BitGreen hat einen Fokus auf das grüne Verhalten und sie haben schon ein bestehendes Ökosystem aufgebaut, das ich dir kurz erklären werde. Die Plattform ist so aufgebaut, dass sie Menschen inzentivieren, wenn sie eine gute Tat in Anführungszeichen abschließen. Es können also auf verschiedene Art und Weise BitGreens dazu verdient werden. Beispielsweise mit dem Folding at Home, mit BitGreens in den Shop bezahlen oder sogar BitGreens in deinem Shop akzeptieren. Für das Akzeptieren von BitGreens erhält man pro Verkauf 5% in BitGreen als Cashback gutgeschrieben. Das Ökosystem wird ständig ausgebaut. Als nächstes kommt dann eben Apple Health, Google Fit, die Tesla-Applikation, RFD-Incentive etc. Das Ziel der Gründer ist es, Akzeptanz zu erschaffen und die Welt grüner zu gestalten. BitGreen bleibt nicht stehen, sondern versucht sich ständig weiterzuentwickeln. Der nächste Schritt wird es sein, auf die Polkadot-Chain zu migrieren, da sie in der Vergangenheit mit dem Bitcoin-Code kämpfen mussten. Die Polkadot-Chain ist definitiv stabiler und skalierbarer, deshalb auch die Idee der Migrierung. Anstatt Massennutz wird es dann Validatoren geben. Das Konstrukt ist aber fast das gleiche. Der Vorteil ist, dass BitGreen dann keine Synchronisierungsprobleme mehr haben wird, denn man lädt das Wallet herunter und das Positive ist, ist, dass das Wallet sofort synchronisiert ist. Die Emission und Reward-Struktur wird gleich bleiben. Das Starten eines Validators wird auch mit nur ein paar Klicks erfolgen. BitGreen bereitet sich also somit auf die Massennadoption vor. Die Migrierung auf der Polkadot-Chain wird voraussichtlich im April 2021 stattfinden. Davor werde ich aber noch ein paar Video-Updates aufnehmen und dir zeigen, wie die Validatoren funktionieren. BitGreen hat sich preistechnisch echt tapfer gehalten. Einer der wenigen Low-Cap-Coins, also Low-Cap-Alt-Coins, die seit Monaten ihr Satoshi-Wert halten konnten. Über 50% sind gelockt in Masternodes, was an sich gar nicht so schlecht ist, weil natürlich eine Verknappung stattfindet, weil nicht so viele Coins natürlich auf der Exchange zu kaufen gibt. BitGreen ist definitiv ein Projekt, das sich langsam, aber sicher entwickelt. Also ich halte selbst über 10 Masternodes und werde mir natürlich die Entwicklung in den nächsten Monaten ansehen. Ich werde natürlich auch die Migrierung auf Polkadot machen und ich werde dir natürlich zeigen, wie das Ganze funktioniert. Wir sehen hier auf der linken Seite, ich habe über 25.000 Coins. Man braucht für eine Masternode 2.500 Coins. Läuft an sich relativ stabil und Fazit ist, das BitGreen-Team ist darauf eben fokussiert, Innovationen auf den Markt zu bringen und ganz wichtig, sie knüpfen jederzeit neue Kontakte und schließen neue Partnerschaften. Also BitGreen ist definitiv ein Coin, das du dir näher anschauen solltest. Weiter geht's mit dem Coin Syscoin. Wie schon in den letzten Episoden angesprochen, punktet Syscoin mit seinen starken Anwendungsfällen und der schnellen Skalibre am Blockchain. Syscoin kann auch als den Bruder von Ethereum bezeichnet werden, mit dem Unterschied aber, dass die Transaktionsgebühren keine 10 Dollar kosten, sondern nur ein paar Millicent. Ethereums Blockchain ist nicht skalierbar und hat derzeit immense Probleme. Genau das hat Syscoin nicht. Ganz im Gegenteil, sie schaffen sogar eine Lösung für das Ethereum-Netzwerk. ERC20-Token können über die Syscoin-Brücke transferiert werden und somit entstehen fast keine Gebühren. Bis Ethereum seine 2.0-Version vollständig auf den Markt bringt, kann es noch circa zwei weitere Jahre dauern. Syscoin ist zudem ein zukunftsorientiertes Projekt und ist ständig dabei, sich weiterzuentwickeln. Der nächste Schritt wird es sein, die Syscoin 4.2-Plattform rauszubringen und darauf gehe ich jetzt kurz ein. Syscoin expandiert mit einem neuen Use Case und zwar mit einer neuen NFT-Plattform. Syscoin hat angekündigt, dass Syscoin 4.2 in den Startlöchern steht. Syscoin ist also stets bemüht, seine Services und Blockchain zu verbessern. NFTs sind einzigartig und können nicht untereinander getauscht werden. NFT heißt auch Non-Fungible Token. Hier gibt es ein paar Beispiele. Es gibt zum Beispiel Spiele mit einzigartigem Charakter, Kunst, Kunststücke. Man kann NFTs auch als Vermögenswerte in der realen Welt nutzen und sie können verwendet werden, um das Eigentum von Vermögenswerten wie Grundstück oder Goldbahn nachzuweisen. Und die Nachfrage von Großunternehmen wie Nike, Samsung, NBA und NFL ist immens gewachsen. Sie nutzen es natürlich für die Bekämpfung von Fälschungen, von Spielen und Sammlerstücken. Unternehmen sind jetzt also dabei, NFTs in ihren Geschäftsmodellen zu integrieren. Syscoin-NFTs sind ein Game Changer. Sie sind leistungsfähiger als bestehende NFTs und können mehrere Anwendungen in vielen verschiedenen Bereichen bedienen. Der Vorteil von Syscoin-NFT ist, dass sie leistungsfähiger und skalierbarer sind. Diese Art aber von digitalen Asset ist nicht neu. Crypto-Kitties gibt es schon beispielsweise seit dem Jahr 2017. Das ist die bekannteste Plattform und die verkaufen zum Beispiel hier Sammelkatzen. Problem war aber die Skalierbarkeit von Ethereum, weil wir haben ja, ich habe das ja schon erklärt gehabt, denn auch in meinen letzten Videos, die Gebühren schossen in die Höhe. Also jeder nutzt die Ethereum-Blockchain ERC20-Token und deswegen sind die Gebühren extrem hoch. Also es ist fast unmöglich, das Ganze zu nutzen. Und Syscoin bietet hier genau das Gegenteil an. Dazu gehört eben die Skalierbarkeit, die niedrigen Gebühren, die Dezentralisierung, Sicherheit und eventuelle Interoperabilität mit Ethereum ERC20-Tokens, sobald dann die Syscoin-Bridge und NFTs erweitert wird. Hier schauen wir uns kurz die Stats von massnotes.online an. Wir sehen hier den Coin-Syscoin. Wir haben aktuell ein monatliches Einkommen von 64,91 Dollar. Also der Preis ist gewachsen in den letzten Wochen. Also ich habe es ja schon in den letzten Wochen vorgestellt, dieses Projekt. Wir waren bei 7,8 Cent. Jetzt sind wir mittlerweile über 10 Cent am Landtum. Das ist wirklich gigantisch. Wir haben einen Satoshi-Wert von 286 Satoshi. Ich bin jetzt mittlerweile gerade bei 40.000 Syscoins. Ich werde mir jetzt demnächst noch welche kaufen. Aber wir sehen hier, wenn wir uns das Chartbild betrachten, sind wir jetzt bei 10,4 Cent. Also Syscoin versucht hier wirklich auszubrechen. Und ich weiß jetzt nicht, ob es ein guter Zeitpunkt ist, um einzukaufen. Weil ich denke, dass der Coin wieder konsolidieren wird. Aber da muss jeder seine eigene Entscheidung treffen. Ich werde definitiv noch ein bisschen abwarten, bis der Preis kurz abprallt. Damit ich dann noch meine weiteren 60.000 Syscoins einkaufen kann. Damit ich endlich meine nächste Massnot starten kann. Hier sehen wir den Preis in Bitcoin. Ich blende das jetzt mal hier aus. Wir sehen langsam, langsam einen Anstieg bei Syscoin. Wir waren kurzzeitig bei 200 Satoshi. Also ich habe damals bei 200 Satoshi eingekauft. Genau dann. Und dann gegen der Preis natürlich hoch. Schade, schade. Ich werde mich da noch ein bisschen gedulden müssen. Und dann werde ich dann die nächsten Syscoins einkaufen. Also Syscoin ist definitiv ein sehr, sehr starkes Projekt. Innovativ. Bringt es natürlich auf den Punkt mit der Skalierbarkeit. Mit der skalierbaren Blockchain. Und natürlich mit der Syscoin Bridge. Beides, was Ethereum natürlich nicht anbietet. Sehr, sehr interessantes Projekt. Du solltest Syscoin definitiv auf deiner Watchlist haben. Das nächste Projekt, das meines Erachtens stark unterbewertet ist, ist 4. Die Gründer haben die Absicht, die Massentraktion durch ihren dezentralen Marktplatz nach vorne zu bringen. Der Marktplatz befindet sich derzeit noch in der Beta-Phase. Und aktuell arbeiten drei Entwickler daran. In den nächsten Tagen wird ein Update erscheinen, dass einige Bugs und Fehler beheben wird. Außerdem kommt auch der Support für Ethereum und ERC-20-Token sowie eine integrierte, dezentrale Exchange. Doch das Fonds-Team bleibt nicht stehen, sondern arbeitet gleichzeitig an ihren neuen und skalierbaren Blockchain namens Graphene. Graphene nutzt den Casper-Consens-Protokoll und kann bis zu 100.000 Transaktionen pro Sekunde verarbeiten. Graphene unterstützt Smart Contracts, die Apps sowie das Erstellen von Shards. Die Entwickler von Ethereum selbst haben Teile des Codes von Graphene kopiert. Das Interessante ist, dass Vorhalter gratis Graphene-Tokens erhalten werden. Der Schnappschuss wird am 14. März 2021 stattfinden. Voraussichtlich werden dann Ende März die Graphene-Tokens an die Vorhalter verteilt. Die Ratio wird 1 zu 10 betragen. Für einen Forecoin erhältst du insgesamt 10 Graphene-Tokens geschenkt. Wenn du also 10.000 Forecoins hast, bekommst du dann eben 100.000 Graphene-Tokens geschenkt. Es wird also kein Pre-Sale oder sonstiges geben. Du wirst nur Graphene-Tokens erhalten, wenn du 4-Coins in deiner Wallet hältst. Weitere Infos gibt es dann in meinem nächsten Video. So mein Lieben, hier sehen wir uns mal meine 4-Core-Wallet an. Du siehst ja auf der rechten Seite hier sprudeln die ganzen Rewards rein, also meine Erträge. Das ist gerade unglaublich, was passiert. Also es kommen extrem viele Rewards rein. Auf der linken Seite sehen wir hier 105.398 Coins, also Stand jetzt. Das kann ein bisschen mehr werden, aber ich habe die 100.000 Coins erreicht. Ich hatte ja immer ein Ziel gehabt. Ich wollte 10 Masternots haben. Mittlerweile verdient man so zwischen 240, 250 Dollar im Monat mit diesen 10 Masternots. Du siehst, die Available, also gerade verfügbar 5.437 Forecoins. Ich brauche jetzt noch 4.600 Forecoins, um die nächste Masternots zu starten. Das werde ich auch tun. Also ich werde jetzt die nächste Masternots starten. Also ich kaufe jetzt noch 4.600 auf der Exchange. Und dann geht es los. Es gibt natürlich auch OTC, also ich kaufe dann direkt beim CEO, beim Founder, weil wir dann noch Bonis bekommen, weil wir spezielle Verträge haben. Aber an dieser Stelle möchte ich dir sagen, die 4 Masternots, die laufen sehr, sehr gut reibungslos das Ganze. Und ich habe jetzt natürlich vor, auch die, sagen wir mal, auf 15, ca. 20 Masternots mal aufzustocken und dann mal sehen, was so passiert. Weil, ganz wichtig, jetzt mit 105.000, da bekommt man natürlich eben das 10-fache an Graphen-Tokens. Und Graphen-Tokens werden ERC-20-Tokens sein am Anfang und dann später wird, ja, sagen wir mal, die ERC-20-Tokens migriert auf dem Graphen-Mainnet. Wird sehr, sehr spannend, weil da gibt es auch Validatoren, da kann man die Validatoren laufen lassen. Also doppelt passives Einkommen, wenn man das jetzt so nennen kann. Und wie gesagt, der Fonds hat sich sehr, sehr gut entwickelt in der letzten Zeit. Wir sind jetzt da bei 14 US-Dollar-Cents. Ganz, ganz spannend, also der Satoshi-Wert ist ein bisschen niedrig, das können wir uns gleich ansehen. So, hier sind wir auf masters.online, also ich habe jetzt insgesamt 10 Masternots, der Preis liegt bei 13,8 Cent. Also gar nicht mal so schlecht, der Satoshi-Wert ist ein bisschen runtergegangen. Also, wenn man das jetzt langfristig sieht, also für Menschen, die sagen, hey, ich steige jetzt mal, ich habe jetzt Bitcoins, also Bitcoins verdient, also ich habe jetzt genug Bitcoins, dann kann es vielleicht eine Option sein. Aber wie gesagt, der Masternode und der Altcoin-Markt ist sehr volatil und du solltest auch nur das investieren. Was du bereit bist, vollständig zu verlieren. Wir sind in einem volatilen Markt, also da kann wirklich alles passieren. Da kann der Preis hochschießen, aber wie gesagt, die Coins können auch von heute auf morgen sterben. Vor gibt es schon seit einer längeren Zeit, also wir haben jetzt hier drei Jahre und 144 Tage, dass wir mal kurz ausrechnen, wie viele da sind. Also es sind drei Jahre und fast fünf Monate, gar nicht mal so schlecht. Also Vor wird dieses Jahr eben vier Jahre alt, also es ist kein Projekt von gestern. Natürlich müssen die Innovationen rausbringen, Graphen, wenn sie Graphen rausbringen, dann können sie natürlich Ethereum die Stirn bieten. Natürlich werden sie nicht das komplette Kuchen von Ethereum und so komplett wegfressen, aber sich ein großes Stück vom Kuchen abschneiden, das wird Graphen und Vor definitiv tun. Also wenn du irgendwelche Fragen zu Vor- oder Graphen haben solltest, dann gib mir Bescheid, ich bin mit dem Team in Kontakt. Im Großen und Ganzen sehr spannende Master und sehr spannende Coin. Wir haben eine ROI von 20,96%, also es sind nicht viele Masters im Umlauf, deswegen man kann sie jetzt ein Stück vom Kuchen abschneiden. Also wie gesagt, wenn du da Interesse hast vor einzukaufen, dann kannst du dich gerne bei mir melden. Aber jetzt lass uns weitermachen mit dem nächsten Coin. Und das letzte Projekt, das ich heute ansprechen werde, ist Divi. Divi macht aktuell signifikante Fortschritte, was deren Mobile Wallet angeht. Wir haben das alle selbst erlebt, die Einstiegsparrieren sind bei den meisten Kryptos enorm und dies schreckt die Masse natürlich ab. Und Divi geht da einen ganz anderen Weg und möchte diese Einstiegsparrieren komplett eliminieren. Die mobile App wird alle Funktionen beinhalten, die wir für das alltägliche Leben brauchen. Kryptos senden, empfangen, Debitkarten aufladen, exchangen, Fiat-Geld versenden, Entwicklung tracken und alles wird mit dieser App möglich sein. Der Game Changer sind die One-Click-Masternodes und das One-Click-Staking. Du kaufst also die Coins und mit einem Klick kannst du dann über die App die Masternode starten oder mit einem Klick dann eben staken. Und du brauchst damit also keine Divi-Wallet mehr herunterzuladen und das Ganze synchronisieren. Das geht alles über dein Smartphone. Die Roadmap ist extrem vielversprechend. Das Release der App 1.0.1 wird in den nächsten Wochen standfinden. Dort werden die Standardfunktionen zu sehen sein. Ich selbst nutze schon die Beta-Version von der Divi-App. In der 1.0.2 kann man dann anfangen mit einem Klick zu staken und Masternode zu betreiben. Diese Funktion hat das Interesse weiterer Coins angeregt und es kann natürlich auch sein, dass Divi später diese Services an andere Coins verkaufen wird. In der 1.3, 1.5 und 1.6 Version werden dann die Fiat On- und Off-Rams eingebaut. So können Kryptos und Fiat direkt getauscht werden. Und ein interessanter Punkt sind die Divi-Bonds. Das sind verschiedene Institutionen, die Divi in ihr Portfolio mit aufnehmen werden. Die Partnerschaften sind in Gange und die Anwälte von Divi kümmern sich aktuell um die rechtlichen Angelegenheiten. Dies könnte Divi definitiv auf das nächste Level pushen. Die Roadmap und die Vision von Divi ist klar. Die App selbst funktioniert und ich bin sie derzeit am testen. Die One-Click-Masternodes via den Smartphones werden Divi jede Menge Neukunden bringen, da es einfacher ist und absolut jeder bedienen kann. Divi selbst befindet sich in einer sehr, sehr starken Tiefphase und düppelt gerade wieder bei zwischen 60 und 70 Satoshi. Langzeitinvestoren mit einem Anlagehorizont von 3 bis 5 Jahren sollten definitiv ein Auge auf Divi werfen. Es ist aber dennoch keine Anlageberatung, denn der Markt ist volatil und unberechenbar und du solltest auch nur deine eigene Recherche betreiben und nur das investieren, was du bereit bist, vollständig zu verlieren. So meine Lieben, hier schauen wir uns mal kurz meine Divi, das ist meine Staking Wallet an. Das ist meine Staking Wallet. Also du siehst hier auf der linken Seite, ich habe, oder auf der rechten Seite auch, über 130.000 Coins. Also ich habe meinen letzten Stake am 30. Januar 2021 bekommen. Du siehst hier 418 Coins. Also das Staking Wallet läuft gar nicht mal so schlecht und ich werde dir jetzt gleich mal in den nächsten Sekunden zeigen, was so reingekommen ist. Ich habe also hier mal auf Stake gedrückt und wir sehen hier am 30. Januar, da habe ich 418 Coins bekommen. Ich habe an einem Tag sogar zwei Stakes erhalten. Das war am 24. Januar, dann 22. Januar, 17. Januar, 14. Also es kommen unregelmäßig Stakes rein. Also manchmal spinnt das Wallet auch. Da muss ich das Wallet nochmal neu starten etc. Aber ich versuche da wirklich so viele Coins wie nur möglich dann eben zu hodeln, damit ich halt umso mehr Staken kann. Also ziemlich spannend das Ganze. Also wenn ich dann eben hier meine Rewards erhalte, dann habe ich natürlich auch Anspruch auf die Lotterie. Und die ist jede Woche. Man kann entweder 252.000 Divis verdienen oder 25.000. Deswegen ich habe Masternodes und natürlich auch meine Staking Wallet. Ich will beides. Ich will von beiden profitieren, weil ich natürlich auch denke, dass das Projekt ziemlich zukunftsorientiert ist. Die wissen schon, was sie wollen. Die App ist kurz vorm Launch, also steht kurz vorm Launch. Ich nutze die App selbst. Also es gibt an sich fast kein besseres Projekt. Divi ist ein sehr, sehr starkes Projekt. Ich setze da drauf. Aber wie gesagt, das ist nur meine persönliche Meinung. Du kannst anderer Meinung sein und ich respektiere das vollkommen. Und wie gesagt, ich habe eben hier Staking und Masternodes am Laufen. Solltest du irgendwelche Fragen haben, dann kannst du mich jederzeit anschreiben. So, wir machen weiter mit meiner Divi-Destobolle. Das sind jetzt meine Masternodes. Und du siehst hier auf der rechten Seite, da kommen 495 Divis rein. Das ist jedes Mal, wenn ich stake. Also ich habe auf der linken Seite 4,308 Millionen Divis. Und auf der rechten Seite 8.277 Divi. Die habe ich dann eben angesammelt von meinen Masternodes. Also ich kann die entweder jetzt halten in meiner Wallet, was nicht viel Sinn machen würde, sondern ich sende sie weiter an meine anderen Wallet, die ich dir gerade eben gezeigt habe. Und da werde ich staken. Heißt also auch, dass ich, wenn ich mehr stake, dann eben mehr Rewards erhalte. Gar nicht mal so schlecht, weil ich will mit meinen Stakes auf circa eine Million kommen, dass ich dann regelmäßig daneben Stakes bekomme. Und hier will ich dann sowieso noch meine Masternodes aufstocken. Ich will jetzt insgesamt auf 10 Millionen Divis kommen. Das ist jetzt erstmal mein nächstes Ziel. Also ich werde jetzt in den nächsten Tagen nochmal nachkaufen. Also wie gesagt, Divi ist noch ziemlich, ziemlich günstig. Wir sind jetzt bei 65, knapp 67 Satoshi. Also meines Erachtens, man kann nicht viel falsch machen aktuell in so einer Marktsituation bei Divi. Man kann es riskieren, muss man aber nicht. Also wenn du jetzt sagst, ich habe kein gutes Gefühl, dann lass das lieber bleiben. Also ich nehme dich mit auf die Reise. Also Divi ist für mich eines der besten Masternodes-Projekte da draußen. Und wenn du, wie gesagt, welche Fragen hast, dann kannst du mir gerne Bescheid geben. Wir klicken mal auf der Historie. Wir sehen hier, was so in den letzten Tagen passiert ist. Wir haben hier am 2. Februar viele verschiedene Stakes erhalten. Das sind 2, 4, 6, 8, 9. Also wenn wir das 9 mal 500 circa, dann sind es 4.500 Coins. Und dann sehen wir hier zum Beispiel am 1. Februar, da sind nur 3 Stakes reingekommen, also nur 1.500. Wenn wir so die letzten 2 Tage rechnen, dann sind es 6.000 Coins in 2 Tagen, sind 3.000 Coins am Tag. Das ist so mehr oder weniger der Durchschnitt. Wenn wir jetzt also die 3.000 Coins am Tag nehmen, mal 0,022, das ist der aktuelle Wert von den Divis, dann wären wir bei 66 Dollar am Tag. Wenn wir das jetzt mal 30 nehmen, dann wären wir bei ca. 1.980 Dollar passiv im Monat mit 4,3 Millionen Divis. Also wie gesagt, ich baue das weiterhin auf. Wenn man dann 10 Millionen hat, dann kann man die größere Masternode starten. Ziemlich spannendes Projekt. Wenn du Fragen hast, gib mir Bescheid. Aber jetzt lass uns weitermachen mit der Kryptoverlosung. So mein Lieben, jetzt lass uns weitermachen mit der Kryptoverlosung. Also ich nehme jetzt mal diesen Link. Ich klicke mal hier auf YouTube Random Picker. Wir werden jetzt mal diesen Link eingeben. Ich klicke einmal auf Get YouTube Comments. Erst einmal vielen, vielen lieben Dank für Ihr Support. Wir haben 22 Kommentare. Wir werden mal sehen, wer heute die Divis gewonnen hat. Warte, jetzt nack, herzlichen Glückwunsch. Du hast die 500 Divis gewonnen. Happy Earnings. Mach was draus. Wir machen weiter mit der Kryptoverlosung. Und zwar, du hast die Möglichkeit, 500 Divis zu gewinnen. Nummer 1, lege diesen Stream. Nummer 2, kommentiere, wenn ich möchte. 500 Divis plus deine Adresse. Nummer 3, teile diesen Stream. Nummer 4, abonniere meinen Kanal, damit du immer auf dem neuesten Stand bist. Und obendrauf bekommst du noch einen Gratis-Credit für das Masternode-Hosting auf Crypto Selfmade. So, mein Lieben, das war es von mir. Ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen. Wenn dir dieses Video gefallen hat, gib mir einen Daumen hoch. Abonniere meinen Kanal und aktive die Glocke. Wie gesagt, Fazit zum Bitcoin. Also der Bitcoin, der steht jetzt über 35.000 US-Dollar wieder. Ich habe es ja in meiner letzten Episode gesagt gehabt, ist die Bitcoin-Korrektur vorbei. Wirst du wahrscheinlich, ist sie vorbei. Wir haben extrem viele Institutionen, die gerade einkaufen. Wir haben sie gesehen gehabt, wann war das? Am 1. Februar, da wurden 4.000 Bitcoins auf einem Schlag eingekauft. Also die Nachfrage ist extrem groß. Und wir sehen jetzt auch mit diesem Ross und mit diesen vielen verschiedenen NBA, NHL-Player, die jetzt in diese Beschreibung Bitcoin eingeben. Und jetzt natürlich zeigen, dass sie dieser Dezentralisierung, sagen wir mal, angehören wollen, in Anführungszeichen. Dass da jetzt jeder so diese Meinung sich frei äußert und sagt, hey, ich bin für Dezentralisierung gegen diese korrupte Regierung. Das ist auch richtig so. Und deswegen denke ich, dass wir jetzt noch ganz, ganz am Anfang sind, dieser abgefahrenen Rallye. Aber wie gesagt, jeder muss so seine eigene Entscheidung treffen. Ich sehe es ja hier nicht emotional, sondern ich sehe es rational. Ich schaue mir natürlich die Inflows und Outflows an. Ich mache das jedes Mal mit dir. Und schaue natürlich auch auf Google Trends, wie sich das Ganze so entwickelt mit der Nachfrage, die Suchanfragen etc. Weil man muss natürlich das Ganze analysieren und sagt, hey, sind wir jetzt gerade in einer guten Marktsituation? Kann ich jetzt einkaufen oder soll ich am besten verkaufen? Wie ich das mache, ich halte meine ganzen Bitcoins. Ich gebe sie nicht aus, weil Nummer 1 des Lightning-Netzwerks ist noch nicht draußen. Also ich bezahle es gerade für eine Transaktion, knapp 12, 13, 14, 15 US-Dollar. Das ist extrem viel Geld. Das heißt, ich halte Bitcoin als einen so gesehenen Wertspeicher, digitales Gold. Und man sollte das natürlich langfristig sehen. Wenn natürlich dann später das Lightning-Netzwerk kommt, umso besser. Also da kann man natürlich davon profitieren. Oder da kann man natürlich auch Bitcoins hin und her verschieben, ohne dass man so großartig viel Gebühren bezahlt. Was ich aber an dieser Stelle sagen möchte, ist auch, dass Bitcoin noch nicht so richtig skalierbar ist. Wir sehen jetzt anhand den Gebühren, wir sehen natürlich auch die Regulierungen kommen, höchstwahrscheinlich. Also man muss da wirklich sehr, sehr stark aufpassen. Aber wenn die Regulierungen kommen, dann kann es natürlich auch sein, dass man nicht mehr so viele Bitcoins einkaufen kann. Oder man muss halt nachweisen, wo man die Bitcoins her hat. Also das ist ja natürlich, die Regierungen und Banken, die mögen es nicht, dass wir Bitcoins nutzen. Aber wie gesagt, der Krieg ist eh schon angesagt worden, auch mit diesen Wall-Street-Bets. Also das ist eine Frechheit, was die Hedgefonds da jahrelang das mit uns machen. Und wie gesagt, die betreiben ihr Spielchen, die betreiben ihr Monopol. Das ist ganz klar. Das ist gleich auch mit den Regierungen. Das ist gleich halt mit allen den anderen zentralen Sammelstellen. Und ich hoffe, dass irgendwann mal sich das Ganze dezentral ausbaut. Dass wir dezentral, also Peer-to-Peer uns einfach was zusenden können, ohne dass uns eine zentrale Instanz irgendwas zu sagen hat. Weil das ist meines Erachtens eine Frechheit. Das darf oder muss nicht in Zukunft so sein. Ich hoffe, dass sich das Ganze dann so legt und dass wir irgendwann mal eine dezentrale Welt haben. Das ist jetzt, ja, sagen wir mal, was ich mir so gerade so vorstelle in meinem Kopf. Ob das jetzt in ein paar Jahren so sein wird, das sei mal dahingestellt. Aber ich hoffe, dass es dann eben so, also sagen wir mal so, Bitcoin geht in die richtige Richtung. Wir gehen in Richtung Dezentralisierung. Der Trend ist da. Wir können halt, wie gesagt, damit Geld verdienen. Und wenn man es halt hodelt, kann man natürlich auch, ja, sagen wir mal, gut dastehen in den nächsten Jahren. Altcoins, wie gesagt, sind sehr volatil. Ich halte aber meine Masternodes und meine Coins, weil ich dann, ich sage dann eben, entweder ich glaube dran oder ich lasse es bleiben. Und deswegen sind das eben die Coins, die ich wirklich, an die ich glaube, wie zum Beispiel Syscoin oder ich glaube an deren Innovation, ich glaube an deren Technologie. Und deswegen unterstütze ich die Coins. Wenn ich nicht dran glaube und wenn ich jetzt nicht die Absicht habe, die Coins 3, 5, 10 Jahre zu halten, dann lasse ich das bleiben. Weil ich habe einen Anlagehorizont, das, sagen wir mal, zwischen 5 und 7 Jahre ist. Ich halte jetzt schon Coins seit 2,5, 3 Jahren und die habe ich nicht vor zu verkaufen. Deswegen ganz wichtig, wenn du, sagen wir mal, in der Altcoin-Nische oder in der Bitcoin-Nische, allgemein in der Masternodes-Nische dabei bist, du musst das Ganze langfristig sehen. Mich interessieren diese Schwankungen nicht. Und an sich war es das von mir. Ich wünsche alles, alles Gute. Ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen. Wenn dir dieses Video gefallen hat, gib mir einen Daumen hoch, abonnier meinen Kanal und aktivier die Glocke. An sich kannst du auch unten im Kommentarfeld reinschreiben, was du über diese Wallstreetbets denkst, ob das gut oder schlecht ist für die Reddit-Community oder nicht. Da kannst du gerne reinschreiben. Und was willst du denn für weitere Coins sehen? Masternode-Coins, Alt-Coins? Schreib es einfach unten im Kommentarfeld rein. Ansonsten sehen wir uns alle spätestens Freitag im Crypto Friday. Ich wünsche dir alles, alles Gute. Da bin ich von der Netbook und bis demnächst. Bis bald. Ciao, ciao.